Seit mehr als 11 Jahren kann man das Luxusleben der Geissens im TV verfolgen. Zu Beginn der RTL 2-Sendung Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, waren die Geiss-Töchter Davina und Shania noch Kinder. Nun sind die beiden schon junge Erwachsene und erhalten jetzt sogar ihr eigenes Format auf RTL 2. In der Doku-Soap Davina und Shania, We Love Monaco, soll sich alles rund um das glamouröse Leben der beiden Schwestern drehen. Von luxuriösen Shoppingtouren bis hin zu Wohnungssuche in Monaco soll alles für die Fans der Unternehmerfamilie dabei sein. Nach jahrelanger Begleitung des Familienalltags dürfen die Zuschauerinnen sich also nun auf das Schwestern-Duo im TV freuen. Und das Warten hat schon bald ein Ende, denn die erste Folge der Doku-Serie könnt ihr bereits ab dem 9. Mai wöchentlich bei RTL 2 sehen. Ob das bekannte Drama zwischen den beiden auch in ihrer eigenen TV-Sendung zu sehen sein wird? In wenigen Wochen wissen wir mehr.